Oberkommissar Seeler, der Schauspieler Matthias Floh bei TalkDot. Matthias, was ist das für ein Gefühl, sich permanent auf so einem Plakat zu sehen? Oh, das Gefühl ist sehr, sehr gut. Also muss man schon sagen, es geht runter wie Ölfinbring. Viel Zeit hier von den Plakaten. Und man hat einfach das Gefühl, es gehört einem alles hier, das ganze Gelände. Alles meins, meins, meins. Moment mal, Moment mal, aber da sind doch noch sechs andere drauf. Wie noch andere.